Eine Weltpremiere ist es mal gewesen. Zumindest mal jetzt hier in Saarlouis ist es eine Weltpremiere. Und Marc Zerul ist hier. Ich grüße dich Marc. Servus Sven. Hi. Du hast viel investiert, muss man sagen, im Personal. Du hast eine Top-Mitarbeiterin, die ist hinter dir. Eine. Eine, zwei. Sie ist Kauffrau, Automobilkauffrau. Du bildest wieder aus. Ja, wir bilden dieses Jahr erstmalig sogar mehr als die Jahre zuvor aus, um einfach unseren Wachstum über die nächsten Jahre zu sichern. Da vorne ist sie. Das heißt also, sie darf aber selbst noch keine Autos verkaufen, oder Michael? Ne, das darf sie noch nicht. Noch nicht. Ja, es geht heute um eine tolle Geschichte. Das ist der Cupra Born. Das ist so plus minus, ich sag mal, steckt da jetzt ein ID.3 drunter, aber es ist ganz anders. Das heißt, ihr sagt, Seat hat so viel geändert an dem Fahrzeug. Ihr wart auf einer Rennstrecke damit. Man muss das Auto erleben. Das ist eine richtige Rennflunder und nichts gegen den ID.3, aber ihr habt vieles viel besser gemacht. Genau. Also fangen wir nochmal an. Das ist Plattform und unten drunter steckt der ID.3, ganz klar. Wir sind hier aber nicht im Bereich von Seat unterwegs, sondern hier handelt es sich um die Marke Cupra. Seat war in Anführungszeichen immer die günstigere VW-Marke. Cupra ist, sag ich, die qualitativ bessere VW-Marke. Nennen wir es so. Das kann aber jeder selber entscheiden. Wichtig ist, er muss es ausprobieren. Habt ihr ein Fahrzeug schon zugelassen, dass man damit fahren kann? Das Fahrzeug ist aktuell im Transport zu uns und wird wohl, sobald es da ist, also direkt wenn es da ist, zugelassen. Und dann können auch Probefahren damit gemacht werden. Aktuell ist das hier, dass Sie jetzt sehen, das einzigste und exklusiveste Fahrzeug, das jetzt aktuell hier ist. Und den haben wir natürlich hier drin stehen, dass die Leute das Auto erstmal bestaunen können und gucken können, um was für ein tolles Produkt es sich hier handelt. Ist der echt oder ist das jetzt hier so eine Pappmaché? Das Auto ist doppelt echt. Doppelt echt. Das heißt, wenn wir den gleich aufmachen... Das ist so echt, dass man ihn selbst erwerben darf, ja. Sehr schön. Also das ist ein echter, der hier steht. Die Leute kommen in Scharen, muss man sagen, gucken sich das Auto an. Er ist von der Optik her ein absoluter Oberhammer geworden, muss man sagen. Es ist auch gar nicht so leicht zu erkennen. Ich habe bloß mal den Schock direkt am Anfang rausgeholt. Ja, es ist eine Ähnlichkeit, zumindest mal vom Baukasten zum ID.3, aber das war es auch schon, oder? Genau, also die Baukasten-Ähnlichkeit erkennt man schon von der Form des Fahrzeugs. Aber wir haben dann viele Design-Highlights dran und Sachen, die es beim ID.3 einfach nicht gibt. Und wir haben natürlich auch im Interieur dann auf höhere Qualität und bessere Materialienwert gelegt, weil wir im Bereich Cupra dann sind. Und haben hier wirklich, du sagst es, ein absolut geiles Auto stehen. Ja, das brauchen wir gar nicht erwähnen, Michael. Er steht auf Full-LED-Scheinwerfern. Haben die noch etwas Besonderes, Matrix oder sowas? Full-LED-Scheinwerfer hat er. Was jetzt hier an diesen Scheinwerfern besonders ist, ist, dass die Nebelscheinwerfer in den Scheinwerfern integriert sind. Ja, ich verstehe. Das heißt also, die Polizei kann nicht mehr sehen, wenn ich tagsüber dann mit Nebelscheinwerfern fahre, was ja viele machen. Ja, ich glaube aber bei den Scheinwerfern ist es einfach geiler, mit dem Tag fällig zu fahren. Das sieht besser aus wie jeder Nebelscheinwerfer. So, wenn du mal anmachst, bitte, dass man mal was sieht. Ja, ich hole den Schlüssel, weil das kam jetzt ja spontan mit dem Video. Gleich im Moment. Ihr habt euch wieder super vorbereitet. Aber es geht ja gar nicht darum. Der steht jetzt hier bei euch im Showrum. Der wurde ja schon ein bisschen vorgestellt. Aber bis denn die Fahrzeuge so in den Handel kommen, dass jeder die auch mal gucken kann, dann dauert es immer ein bisschen, oder? Ja, dauert ein bisschen. Natürlich haben verschiedene Presseagenturen dann mal vorher so ein Fahrzeug zum Testen. Aber die Leute wollen das selbst sehen. Wir haben eine wahnsinns Nachfrage nach dem Fahrzeug. Aber die Leute kaufen natürlich überwiegend, wenn sie es dann sehen und nicht vorher. Und jetzt ist es endlich da. Und jetzt haben wir bereits schon unseren Kunden kontaktiert und sagen, kommt euch das jetzt angucken. Leider sind wir immer noch in einer Pandemie-Phase, in der wir, sage ich mal, überwiegend mit Terminen arbeiten müssen, damit wir nicht hier zu viele Leute dann integriert im Autohaus hätten und dann zu viele Leute am Auto haben. Ja, es ist ein Raumwunder. Man sieht das also an der Positionierung der Achsen jeweils, die drauf sind. Man hat unglaublich viel Platz bei der Fahrzeuglänge, oder? Ja, also wir haben natürlich durch die Batterieform, also das Batteriefahrzeug einfach vorne keinen Motor mehr sitzen. Wir kriegen also in der Frontpartie und in der Front, also auch hinten dran, wesentlich mehr Platz und auch in der Breite wesentlich mehr Platz. Also ich glaube, das sieht man gleich, wenn man es da mal von innen filme, wenn der Michael mit seinen Holden 1,87 da drin sitzt, was für ein riesen Auto das ist. Das ist echt riesig. Das Spannende hierbei ist natürlich das Thema Straßenlage. Du bist ja aus dem Rennsport ehemals, muss man sagen, ich glaube, im Moment nicht mehr aktiv, oder? Nee, schon ein paar Jahre nicht mehr aktiv. Aber was hast du gefahren? Also zum Schluss Rallysport. Und die Firma nimmt da so viel Zeit in Anspruch und dann habe ich auch eine Familie und da ist das im Moment wichtiger. Aber zum Fahrverhalten her hin, da war der Michael jetzt sogar exklusiv auf einer Rennstrecke und dürfte erstmalig ein von uns produziertes Hecktriebfahrzeug testen. Und ich glaube, der kann da richtig gute paar Sätze dazu sagen. Das war wahrscheinlich auf dem Rewe Parkplatz in Illingen. Das war der Rewe Parkplatz in Illingen? Oder hast du ein paar Donuts gedreht? Ja, das war in München. Es ist ja alles VW-Konzern, du hast jetzt schon eben den ID.3 ins Spiel gebracht. Ja, das Auto ist auf diesem MEB, ist unser erstes Auto mit Heckantrieb, unser erstes Elektroauto auf diesem modularen Elektrobaukastensystem. Und weil das Auto wird ja in Zwickau gebaut, ist ja ein Auto made in Germany. Aus dem Osten. Aus dem Osten, wo auch ein Audi Elektro hergestellt wird. Und da ist das alles so verwurzelt, dass ich in München bei Audi auf der Rennstrecke war mit dem Born. Das ist ja vollkommen verrückt, wir haben ja letztes Mal Vomento gefilmt, da stand unterm Auto überall Audi drunter. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Aufgaben im Volkswagen-Konzern, die geteilt werden. Der eine kann das besonders gut, der andere macht das besonders gut. Ist das so, dass der eine zum Beispiel Audi macht dann... War das eine falsche Annahme? Nee, die Annahme ist schon richtig. Du kannst bei den vielen Schwesterfirmen, die wir haben, ja nicht alles im Portfolio haben und alles anbieten. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt verschiedene Fahrzeuge, die gibt es bei dem einen dann nicht. Und wieder andere und andere Antriebsaggregate bei dem anderen. Ich sage mal, hier ist der Konzern so weit, dass er ein gutes Mischverhältnis hat. So, dass wir heute nicht nur ein günstiges Auto, sondern auch ein exklusives Auto anbieten können. Was es früher im Bereich Seat halt nicht gab. Genauso auch bei Skoda. Skoda hat heute mit Sicherheit auch... Mit Sicherheit hat dementsprechend hochwertige Autos dann auch. Und ist auch nicht mehr die Billigmarge, die es da in der Hinsicht mal war. So, jetzt sieht man hier, meine Frau hat ja jetzt auch einen Cupra vom Mentor Plug-in Hybrid. Wir haben extra auf das E-Kennzeichen verzichtet, damit die alle denken, das wäre die 350 PS Version. Was mir aufgefallen ist, du hast keinen Stress mit so einem Cupra. Die Leute warten geduldig hinter dir, weil sie wissen, sie haben eh keine Chance. Die wussten ja nicht, dass die Kiste nur 204 PS hat, ja. Und mit dem 204 PS, der geht schon gut. Das ist schon sehr erhaben. Wenn du da mit so einem Cupra unterwegs bist, erntest du ganz viel, kein Neid, sondern ganz viel, ich sag mal, Beachtung. Das ist so ein bisschen wie, ich sag mal, BMW, Porsche, Technik, die sich auskennen. Das ist für viele eher Furcht, oder? Ja, du wirst angeschaut, was fährst du doch für ein Fahrzeug. Das Fahrzeug hat im Markt ja noch nicht so die breite Masse, dass man es sofort erkennt oder dann direkt sagt, was ist das? Und ach, das ist ja der Cupra. Viele gucken sich erst mal und sagen, oh, was ist Cupra? Und sehen dann einfach, wie toll das Auto ist. Wir haben das mit dem Fomento angefangen. Hier geht es jetzt nahtlos weiter mit dem Born. Wir haben hier ein wirklich außergewöhnliches Elektrofahrzeug. Wir haben vor über einem Jahr gesagt, wir kommen etwas später mit der Elektromobilität. Aber wenn wir kommen, kommen wir genau so. Und ich glaube, das ist jetzt zu sehen, zu erfüllen und auch in hoffentlich ein, zwei Wochen zu erfahren. Was ziemlich krass ist, ist die Batterie wiegt ja ein bisschen was. Die liegt natürlich unten im Fahrzeug. Du hast das Ding auf der Rennstrecke gefahren. Das liegt wie ein Brett auf der Straße. Du kannst damit Kurvengeschwindigkeiten machen. Das ist unglaublich. Ja, also zum einen hast du den Heckantrieb, was natürlich in Kurven eine wahnsinnige Beschleunigung aus den Kurven bringt. Der zweite Punkt ist die Gewichtsverteilung. Die Gewichtsverteilung vom Born ist 50% Vorderachse, 50% Hinterachse. Genau 50. Ja, es können dann natürlich auch 50,2 sein. Das heißt, wenn du dich reinsetzt, sind es 60, 40. Ja, dann ist es 70, 30. Also du hast hier diese perfekte Balance. Also deswegen hast du eine super geile Straßenlage. Zum Vergleich, ein herkömmlicher Verbrenner hat ungefähr 60 vorne, 40 hinten. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ja hinten der Motor ist, was ist denn vorne noch drin? Ist da Kofferraum oder? Die Frage ist aber richtig. Wir brauchen ein Lüftungs- und Klimagerät und das ist alles nach vorne. Sag mal vorne. Jetzt bitte machen wir auf. Das fing ja schon an. Es ist ja nicht die Motorhaube, weil da ist ja kein Motor mehr drin. Ja. Es ist ja die Fronthaube jetzt. Fronthaube? Ja. Die Motorhaube kannst du nicht sagen, wenn kein Motor drunter ist. Achso, wir wollten mal das Lichtdesign mal grad zeigen. Wenn du es mal irgendwie drückst, dass die Lampen angehen. Ja, warte. Oder machen wir gleich. Unter die Fronthaube. Unter die Fronthaube. So, da ist doch der Motor hier in der Mitte. Nee, der ist so ein Steuergerät. Das ist das Lüfter-System. Also bis auf den Motor kennt man es. Ist der Motor jetzt direkt an der Achse? Weißt du das? Der ist nicht direkt an den Achsen platziert. Da sind noch zusätzliche Antriebswellen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wie gesagt, ich habe hier drüber noch keine Schulung dementsprechend gehabt. Aber hier, der Michael hat die Schulung. Ist der Motor direkt auf der Achse? Unter dem Kofferraum, ja. Der hat keine Technikschulung, der hat eine Vertriebsschulung, was die Technik angeht, die die Kunde in der drin dann noch interessiert. Ja, wenn du das Video siehst, zuhause, ich glaube es sei am Fernsehen, da ist doch Platz 18 bei dir, oder? Zuhause. Ja, genau. Wir haben hier eine ganz normale 12-Volt-Batterie, die immer noch zuständig ist für das Anschalten, Türen öffnen und so weiter und so fort. Also das bleibt. Hier Lüftung und so. Das muss, glaube ich, auch getrennt sein. Das muss getrennt sein von der Hochvolt. Ja, genau. Weil das Auto, solange das Auto nicht läuft, ist es vom Hochvolt getrennt. Und deswegen die Zentralverriegelung und alles, was du dann machst, bis zum Öffnen vom Auto, bis zum Starten, übernimmt dann weiterhin hier die Batterie. Ist aber doch ein recht ungewöhnliches Konzept. Also die meisten Elektroautos, die ich bisher gefilmt habe, haben vorne als Ersatz für einen Benziner den Elektromotor. Machen denn die Kraftverteilung auf den Frontmotor, genau, auf dem Getriebe vorne? Aber das ist halt hier ein komplett neues Konzept und das macht auch, glaube ich, den Fahrspar aus. Und viele sagen natürlich jetzt, ach, Hecktrieb. Hecktrieb war früher im Winter ein verpöntes Auto. Ich glaube, das war damals der 5er BMW, wo du deinen Gullideckel in den Kofferraum reingelegt hast. So zu sagen, Sandsecker hat man gefüllt. Also nochmal, das braucht man hier bei so einem Auto heute nicht mehr. Wir haben hier ja nicht nur ein Elektroauto, sondern wir haben Elektrotechnik drin, die ein dementsprechendes Ausbrechen des Fahrzeugs, ein Schlittern, etc. und ein vernünftiges Anfahren. Genau dafür sind die elektronischen Kunden. Also nix Heckschleudern. Das ist natürlich so, ich weiß nicht, welche Autos du bisher gefilmt hast, weil, wie gesagt, Saarland Fernsehen ist ja nur der 18. Sendeplatz bei mir. Das hier ist der Born, also das ist der modulare Elektrobaukasse. Viele Autos, die natürlich heute am Markt sind, Elektroautos, die sind auf dem Verbrenner, sind die konstruiert und da wird irgendwie ein Elektro reingebaut. Und hier das Auto gibt es nicht als Verbrenner. Der Hersteller hat zuerst, Cupra hat die Batterie genommen und um die Batterie drum herum quasi das Auto gebaut, konstruiert. Toll. Hast du es gelernt auf der Schule? Ja. Lass mich doch mal angeben. So ist das. So, Auto aus Zirul. Ihr seid ja nicht irgendein Händler, sondern ihr seid einer der erfolgreichsten im Vertrieb Händler Deutschlands. Ihr habt nämlich einen tollen Preis bekommen. Ich werde ja gar nicht müde, den zu zeigen, weil ihr seid nämlich extra nach Berlin, Stuttgart, München. Wo war die Preisübergabe eigentlich? Die war damals in Berlin. Berlin. Ja. So, und da hast du diesen Preis bekommen in der Kategorie Sales. Saales kennen wir ja heute. Ich sag mal, Sommerschlussverkauf heißt jetzt auch Sale. Sale heißt, Sale heißt verkaufen. Verkauf, Vertrieb, Vertriebs-Award war das für die beste Vertriebsleistung in dem Jahre 2018. Das ist auch, das haben nicht 100 Händler bekommen, das hat in dem Jahr einer bekommen. Gibt es jedes Jahr einmal. Das ist wie in Champions League zu gewinnen. Das gibt es nur einmal pro Jahr, ja. Schön. Da haben wir das auch mal gezeigt. Das heißt, du bist ein wichtiger Händler, kannst das ganz toll. Hast du denn auch eine Werkstatt und irgendwelche Meister beschäftigt? Ja, wir haben ein paar Meister beschäftigt und zwei Werkstätten. Also wir haben noch einen Servicebetrieb in Saarwellingen und bilden dort auch die Elektrobatterietechnik ab. Also auch Reparatur an Elektrobatterien und so sind wir uns aktuell am drauf vorbereiten. Wir können die aktuell schon wechseln und tauschen und bereiten jetzt aktuell die Lehrgänge sogar vor, für später Zellen zu wechseln. Also ganze Zellen raus aus den Batterien, sodass nicht die ganze... Reparieren auf Bauteilebasis. Genau, die Batterie kann nachher repariert werden. So, Cooper steht drauf. Jetzt bitte mal Licht anmachen, dass wir das mal sehen. Da ist es das Lichtdesign. Das heißt, du hast Tagfahrlicht. Das ist jetzt, das ganze Licht ist im Moment an. Wegen dem Innendrin? Genau, wenn du mal gerade nur... Ach so, der erkennt das automatisch. Dann wird dann hier abgebildet, wo auch dann der Blinker drin ist. Wie wir schon mal gesehen haben, der Blinker ist dann hier drin sogar. Und hier ist nochmal separat LED und hier sitzt dann noch der Nebel-Scheinwerfer drin. Der hat auch die entsprechende Matrix-Blinker? Genau. Wie bei Audi? Machen wir gerade den Blinker bitte an. Also der rollt nicht so, sondern wir haben hier dann nochmal integrierten Blinker drin. Vorher waren wir ja nur hier oben bei unseren Autos, jetzt haben wir hier ohne Blinker drin. So, ganz wichtig bei so einem Auto ist natürlich der Innenraum. Und da sehen wir schon, der Michael hat Platz genommen mit seinen brachialen 1,95 Meter... Was hast du? 1,87 Meter. 1,87 Meter. Was der alles über mich weiß. So, wir haben eben schon groß getönt, das Auto hat einen riesen Innenraum, es ist aber so. Ja, also du hast eben, wenn wir auch mal gleich hinten schauen, also es ist ja ein bisschen was anderes, wie das bei einem herkömmlichen Verbrenner ist. Und aufgrund von der Bauart und Bauweise, weil du sparst natürlich auch vorne Platz im Innenraum, generell über dem ganzen Autoplatz hast du im Innenraum richtig viel Platz, wo du gemütlich sitzen kannst. Alles ist neu, ich zeige es mal gerade. Das Display hier, das schwebt quasi auf dem Lenktunnel. Ich nehme an, die Lenkung ist elektrisch, die hier drin ist. Ja, alles elektrisch, ja. Nein, aber es gibt ja heute schon elektrisch unterstützte Lenkungen, die zum Beispiel, wenn ich die Spur verlasse, automatisch nachregeln... Elektrohydraulich ist die und das ist hier identisch der Fall und die ist genauso nachlenkend oder korrigierend. Das sind die Fahrassistenzsysteme, die hier schon bei Cupra schon länger verbaut werden. Ich habe auch gesehen, also die Reifen sind auch keine Trennscheiben, sondern für die Leistung auf die Straße zu bringen, brauchst du ordentliche Knöse. Ja, da brauchst du schon ein bisschen dickere Reifen, wobei es gibt ja auch Elektrofahrzeuge, die haben so Reifchen, aber du musst einfach hier, weil das Auto dementsprechend gut zieht, musst du natürlich auch den Grip erstmal haben auf der Straße. Und hier geht es natürlich bei den Reifen auch um die Gesamtoptik des Fahrzeugs. Wir haben hier wirklich ein Sport-Elektrofahrzeug und das muss natürlich dementsprechend dann auch optisch da stehen und deswegen sind diese Reifen auch diese Dimension. So, 482 Kilometer, jetzt ist hier schon warm drin, im Winter haben die weniger Reichweite, was macht das aus? Das kommt im Moment darauf an, also es gibt verschiedene Optionen, du kannst auch eine Wärmepumpe mitbestellen. Also das Auto hier ist angegeben nach WLTP mit 424 Kilometern bei dem Akku. Steht 482. Ja, der hat noch keine Verbrauchswerte, also das ist nach WLTP, du kannst davon ausgehen, WLTP ist ja bei um die 21 Grad gemessen. Also um die 400 Kilometer, das heißt im Saarland haben wir viele Berge, 350 Kilometer realistisch? Mehr. Mehr, also das kommt darauf an, wie du mit dem Auto umgehst. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Du kannst einschauen bei dem Auto, okay, jetzt haben wir heute, morgen wird es minus 10 Grad. Zeig mal, wie geht das? Du willst auf die Beifahrerseite gehen, oder? Kann ich mal machen, komm, ich mach das mal. Das soll mal kurz reingehen, dann zeigen wir euch im Anschluss auch den Kofferraum und die Rücksitze. Hier gehen wir schon in Detailhighlights, was man einstellen kann und das ist absolut irre. Das ist cool. Vielleicht mal ganz kurz, wenn wir einsteigen, ihr habt eine Ambientebeleuchtung jetzt aktiv, die siehst du sogar von oben jetzt. Genau, also die Türverkleidung ist auch, genau wie das Armaturenbrett, für dieses Auto komplett neu. Nichts mehr von den Vorgängern, was vom Formento oder so übernommen wurde. Und hier sehen wir auch nochmal die Qualität, wir haben hier oben Alcantara drauf. Also das hat fast keiner unserer Konzernbrüder in diesem Preissegment. Ja, ist auch sehr leicht zu reinigen. Bitte mal zuschlagen, feste. Ja, so muss es klingen, oder? Ja, es muss so klingen, das ist satt, so wie man es von Seat und von Cupra sowieso immer schon kennt. Sehr schön. So, komm, ich steig mal ein. Also auch hier in der Türverkleidung, der Dachhimmel ist alles aus recyceltem Material. Also das vielleicht nochmal so als kleine Info, auch die Sitze hier, die serienmäßigen Sitze, die sind aus Sequel Garn. Aus was? Sequel Garn, das ist eine Firma in Spanien, die fischen aus dem Meer, fischen die das Plastik. Dieses Plastik wird wieder aufbereitet und zu einem Garn verarbeitet und dann sind die Sitze hier auf über 60 Prozent von diesem Material hergestellt. Warte, ich mach mal grad ein bisschen dunkler für dich, dass du es nicht ganz so schlimm hast. Also nochmal Sequel Garn. Sequel Garn. So, der Marc hat den Platz genommen. Das sieht original aus wie ein Tennisball in der Turnhalle, ja? Da sitzt du jetzt gerade. Du hast echt viel Platz, wenn du mal grad ganz zurück gehst. Ich sitze in der Mitte, ne? Ich sitze also in der Mitte, wo nicht direkt ein normaler Sitz ist, sondern wenn ich jetzt auf die Seite gehe und dann sehen wir mal was hier überhaupt... Du, du musst ein bisschen lauter sprechen, weil du so weit weg bist. Ja, was hier nochmal für eine Raumhöhe dann ist und ich bin heute glaube ich 1,68 und ich habe wirklich brutal viel Platz. Und jetzt guck mal, der Michael, der ist ja groß, der sitzt hier schon drin und ich habe hier vorne immer noch Platz an den Knien. Und du kommst kaum ran? Ja, also ich würde jetzt tatsächlich sogar noch ein bisschen weiter nach vorne. Ja, mach mal nach vorne. So, spätestens jetzt hast du noch mehr Platz. Es ist ein Auto zugelassen für fünf Personen, korrekt? Also mit fünf Gurtplätzen? Bei diesem Akku ja, es gibt noch einen größeren Akku für eine höhere Reichweite, das ist dann ein Viersitzer. Achso, da haben sie den vierten Platz rausgenommen, dann fährt er auch weiter. Das hat dann wahrscheinlich schon Gewichtsersparnis. Gewichtsersparnis, ja. Dann schmeiße ich die Personen raus. Wenn ich drin sitze. Ich kenne das nur von den Wohnmobilen. So, ich zeige mal gerade hier schöne Sachen. Das ist nicht aufgedruckt, das ist das tatsächliche Relief, was hier drauf ist. Ja, also Cupra arbeitet immer hier mit diesen 3D-Objekten. Das findest du hier überall wieder im Auto. Hier überall auch die Details. Hier, wo wir gerade bei der Ambientebeleuchtung eben waren, hier drin hast du auch wieder. Es ist rund hier. Es ist abgerundet. Es erinnert mich so ein bisschen an B und O. Also von der Form her. Also sehr, sehr schick, oder? Aber nicht zu. Weißt du, nicht so ganz abgehoben. Wenn du mal guckst hier, die Sichtnähte hier, das ist schon edel. Ist das da oben jetzt irgend so billiges Plastik oder ist das gut gemacht? Es ist auch alles, also alles, was du in diesem Auto siehst, ist quasi recycelte Stoffe. Bitte mal anfassen. Fass mal an und sag mal, was du fühlst. Es ist weich und weich. Schön weich. Ist wirklich weich. Ist so eine textile Oberfläche, oder? Ja. Geil. Ist Alcantara oder was ist das? Erzähl mir doch mal. Das ist kein Alcantara. Also das war mal dann wahrscheinlich eine Schnapsflasche oder sowas. Die wurde recycelt. Okay. Eine Plastik-Schnapsflasche. Aber ist es jetzt mal ohne Witz? Ja. Du hast ultra viel Platz. Du hast hier eine Mittelkonsole, die von der Form ist, ganz, ganz basic. Mach die mal zu, bitte. Da ist noch eine entsprechende Beleuchtung mit drin. Dann hast du hier drahtlose Laden, sehe ich. Ja. Also das gibt es hier, dass es drahtlos lädt. Boah, das ist tief. Das ist fast einen Kilometer tief. Guck mal. Hast du wieder zwei USB-C-Schnitte? Fahr mal da rein mit der Hand. Kann man sehen. Krass. Da kannst du in Luxemburg deinen ganzen Einkauf verstecken. Die ganzen Zigaretten. Die ganzen Zigaretten. Die ganzen Zigaretten. Zweimal USB ist mit drin. USB-C. Ja. Was krass ist hier der Wahlhebel für die vorne, hinten und Parken. Ja, also das ist schon natürlich eine Umgewöhnung, dass hier nicht mehr der Schalthebel ist. Und zwar erkennt auch das Auto, wenn du einsteigst. Also wenn du in das Auto einsteigst, da ist auch hier eine Sitzerkennung drin. Ab 50 Kilo, du steigst ein, da geht schon das Gebläse an. Also der macht direkt schon die Klimaanlage an und bereitet schon alles vor. Der wiegt mich. Und dass du dann sagst, Sven. Jetzt abnehmen. Jetzt wieder ein bisschen weniger essen. Komm, in drei Tagen wieder. Das Display kenne ich aus dem Cooper von Mentor, aber das sieht fast aus, als wäre es noch größer. Das ist jetzt ein 12 Zoll Display. Das ist auch immer Serie beim Born. Also du hast dieses Display schon und du hast auch schon das Full-Link, dass du schon über dein Handy navigieren kannst. Whatsapp, Amazon Music, Spotify und wie das Ganze. Genau, wenn du mal ein bisschen drauf rumtippst. Du kennst ja aus, warst auf der Schulung. Ja, ich war auf der Schulung. Also man bedient es wie ein Handy, oder? Ja, wie du es heute überall hast. Es gibt natürlich auch noch die Cupra App. Die wird jetzt die nächsten Tage noch released. Das ist die neueste App, wo du dann auch nochmals noch mehr Informationen ziehen kannst. Du kannst auch hier, haben wir gesehen hier, die Standklima. Standklima, hat denn Klimaanlage drin? Also du hast ja einen Elektromotor drin. Also wenn du das hier anschmeißt mit der Standklima oder auch mit der App von deinem Handy aus, dann klimatisiert das Fahrzeug schon über den Elektromotor und macht deine gewünschte Temperatur in den Raum. Du sagst Klima ganz bewusst. Das heißt, im Sommer kann ich damit kühlen. Also wenn ich zum Beispiel komme, sage ich 20 Minuten vorher, ich komme jetzt gleich, dann kühlt dann schon mal runter. Im Winter kann ich heizen. Im Winter kannst du heizen. Also du kannst hier auch die Abfahrtzeiten einstellen, dass du sagst, ich fahre ja jeden Morgen arbeiten. Ich fahre um 7 Uhr los. Bitte mach um 7 Uhr 22 Grad im Innenraum und die Sitzheizung für den Fahrer an. Oder auch für die Sitzheizung Fahrer und Beifahrer an. Das kannst du alles einstellen. Wie du jetzt sagst, bist du im Schwimmbad, sind 40 Grad und sagst, ich weiß ja nicht, wann ich losfahre. Ich kann das jetzt noch nicht einstellen. Hast du die App auf dem Handy, stellst das dann ein und sagst, ich fahre jetzt. Komm, ich halte sie jetzt ein. Komm es ans Auto und ist schön klimatisiert. Ja, kannst aber nicht zeigen, weil sie noch nicht fertig ist. So, das lasse ich jetzt mal gelten. Das Auto gibt es ja auch erst offiziell ab nächsten Samstag. Also, verstanden. So, jetzt da vorne sieht man, das ist Sitzheizung. Zeig mal, wie man die bedient. Wie mache ich die an? Kannst auch hier unten mit Schnellknopf. Zwei Finger. Drückst du einmal drauf und dann ist hier die Sitzheizung schon auf Stufe drei. Genau, wenn die mal gerade anlässt, die Sitzheizung für zehn Minuten auf Stufe drei bei dir auf dem Sitz. Ist die warm dann? Die ist heiß. Aber ich liebe Sitzheizung. Damit kannst du mich nicht ärgern. Ich habe immer die Sitzheizung an. So, dann mach mal bitte. Soll ja nicht gut sein für Männer, Sitzheizung. Ich habe schon drei Kinder, von daher ist das... Nein, für hinten. Deswegen der... Nee, es geht... Da will ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Also, wenn ich nochmals drauf drücke, ist Stufe zwei. So, Stufe zwei, wenn du nochmal drauf drückst. Stufe eins und dann ist aus. Also das ist so, es hat sich ein bisschen was geändert. Ist auch beim... Achso, kannst du auch so machen. Genau, alles. Oder natürlich auch über Olla Olla. So, was möchten Sie tun, sagt er. So. Jetzt hast du natürlich gesagt, was möchten Sie tun? Achso. Bis später. Bis später. Bis später. Du bist jetzt schon so schwer. Sag mal, was kann man machen, Olla Olla? Olla Olla. Mach mir bitte die Sitzheizung an. In Ordnung. Gott, also sie hat nicht mehr so viel geredet, sie hat einfach gemacht. Oder auch... Olla Olla. Wo ist die nächste Ladestation? Suche Ladestation in der Nähe. Bitte wählen Sie ein Sonderziel aus der Liste aus. So. Jetzt hast du direkt schon die Ladestation. Wo ist die nächste Ladestation? Und wie viel Strom kann ich denn da laden? Und steht da jemand schon. Das hast du wieder dazwischen geredet. Ist ja gut. So, das heißt, 11 kW, 22 kW, das ist die Ladeleistung. Was kann der laden? Einen Moment bitte. Also der kann AC und DC laden, also Gleichstrom, Wechselstrom, kann zu Hause an der Steckdose, serienmäßig ist immer das Kabel dabei, für an die Wallbox, für 11 Kilowatt. Das geht immer. 11 Kilowatt. 11 Kilowatt. Drehstrom. Zu Hause. Und der kann bis zu, ich glaube, aktuell sind es 120 und es wird noch ein Update kommen, 150 Kilowattstunden dann. Und da kannst du davon ausgehen, du lädst das Auto, wenn du so eine, irgendwo das Auto auflädst, sieben Minuten für 100 Kilometer. Okay, das heißt, das kann man so nicht rechnen, weil ich glaube, wenn der Akku warm wird oder... Du hast immer Ladespitzen, also es ist bis zu 150 Kilowatt, weil du hast dann, es ist ja immer ein, wie beim Handy auch, ein Akkuladevorgang, wo der Akku immer noch geschont wird. Ja, weil ich nur, ich habe nur gelesen... Und das ist immer die maximale Ladeleistung, er kann auch mal ein bisschen mit weniger laden. Ich habe nur gehört, die Hersteller, die werben dann immer mit 100 Kilometer, sieben Minuten. Und in der Realität geht er dann nach acht Minuten dann runter, nur noch auf 60 kW. Aber das steuert das Auto automatisch. Ja, das steuert das Auto automatisch und es kommt dann natürlich auf dein Fahrverhalten an. Also wenn du dem, wenn du immer nur Vollgas gibst direkt und hier von 0 auf 100 in 7,2 Sekunden, musst du natürlich hier schon ein bisschen länger laden. So, Multifunktionshandgrad brauchen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Hat's? Ja, das ist jetzt hier ganz neu. Ich muss es auch immer noch ein bisschen testen, weil das hier dieses Slider hat. Es hat nicht mehr hier diese Knöpfe, die wir kennen oder das Drehrädchen, sondern du musst dann auch immer hier so... Das ist nervig. Oder geht das mit der Zeit? Ich habe es noch gar nicht so viel ausprobiert. Ich muss es auch noch testen, aber ich finde es geil. Es hat was. Also ich habe gemerkt, ich habe doch gesagt, es ist warm, dass die Sitzheizung mal ausmachen. So, jetzt Klimatisierung geht über eine Wärmepumpe. Das heißt also, wie zu Hause, oder habe ich hier Stromverbraucher? Die Wärmepumpe ist noch ein extra. Die kannst du extra mit dazu bestellen. Was natürlich nicht? Die kostet 1.000 Euro. Also ist die Wärmepumpe... Was ist der Vorteil von der Wärmepumpe? Die Wärmepumpe, mit der erreichst du eine höhere Reichweite, gerade so im Winter. Ja, weil wir haben ja, wenn du das jetzt mal vergleichst mit Strom, es hat heute keiner mehr eine Stromheizung, weil das ist nicht so effizient. Und hier haben wir einen Elektromotor, das ist ein Elektroauto. Das heißt, der verbraucht natürlich viel Energie, wenn du warme Luft haben willst, wenn du im Innenraum warm willst. Das verbraucht dann mehr Energie. Hast du eine Wärmepumpe, übernimmt die das Wärmen. Also die Wärmepumpe wärmt im Innenraum das Auto, wärmt und kühlt auch die Batterie. So, ich muss mal gerade unseren neuen Sender anmachen. Es gibt im Saarland zwei neue Radiosender übrigens. Ein bisschen Eigenwerbung, Saarfunk 1 und Saarfunk 2 auf DAB+. Was ist DAB+, klär mich auf? DAB+, ist das Digitalradio, der neueste Standort für noch besseres Hören. Genau, und wir senden mit einer irren Sendeleistung vom Standort Riegelsberg, Schocksberg für das ganze Saarland. Du hast es noch gar nicht gehört, oder? Ich habe es noch nicht gehört. Und wenn wir da bei DAB+, nochmal sind, klar haben wir eine verbesserte Qualität. Es ist wichtig, aber immer, dass Internetverbindung ist. Das heißt, wo auch einmal ein Funkloch mit einem Handy ist, kann auch mal DAB kurzfristig weg sein. Da steht jetzt Saar, FNK 1, das ist die Kurzversion, acht Zeichen. Also müsst ihr unbedingt mal einschalten. Ganz toller Sender. Ich glaube, der beste im Saarland. Ist ja auch von mir. So, gut, Werbung Ende. Dann zeige ich mal gerade was, was total klasse ist, ist das Thema Sitzergonomie. Das heißt, die haben wirklich unglaublich viel Geld investiert, um die Sitze nochmal, ich sage mal, ergonomischer zu machen für lange Fahrten. Das wird oft nicht erwähnt. Aber wie fühlt sich das an? Also der Sitz, du bist ja länger mal gefahren. Also du hast hier den Seinheil, es sind immer schon Sportsitze drin. Zeig mal gerade, wenn du mal gerade nicht ein bisschen vorbeugst. Also der hat die Wangen, die Backen hat der drin. Ja, der hat hier die Backen drin für den Seitenhalt und du sitzt super bequem drin. Also auch, wie gesagt, auf der Rennstrecke bin ich ja gefahren, hast du immer Top-Seitenhalt und du fährst auch sehr bequem. Aber wenn du das Auto zwei Stunden fährst, steigst du nicht aus und hältst dir den Rücken. Ja, wir können es leider noch nicht zeigen, wir werden das nachholen, sobald das Auto da ist. Du hast ihn auf der Rennstrecke gefahren, du bist ausgestiegen, hast gesagt. Und du hast viel gefahren, muss man sagen. Das Ding, hast du gesagt, geht wie der? Ja, geht wie Drecksauer. Er hat mich angerufen und sagt, Chef, das Ding ist so geil, so geil, das gibt es gar nicht. Da habe ich gesagt, Mensch, ich bin jetzt schon ein bisschen neidig. Ich sitze hier oben im Büro und ihr darf hier auf der Rennstrecke rumheizen. Ihr dürft ja mit dem noch nicht fahren. Das ist ja, ich sage mal, ein neues Konzept. Muss man auch fairerweise dazu sagen, ihr habt keine Kilometerbegrenzung mehr beim Service. So etwas habe ich noch nie gehört. Das heißt, du gehst nach zwei Jahren, glaube ich, zum ersten Service ohne Kilometerbegrenzung. Leider ja. Das ist noch scheiße für euch, oder? Das ist super scheiße. Das ist echt scheiße. Aber für den Kunden ist das klasse. Das ist richtig scheiße, ja. Gehen wir doch mal realistisch davon aus. Es wird kein Kunde 40.000 bis 50.000 Kilometer in der Regel mit diesem Auto fahren. Das ist aktuell noch kein Fahrzeug für Großkunde, Außendienstler oder so. Daher gehe ich da von einem modellaren Fahrenverhalten von 25.000 bis 30.000 Kilometer aus. Die haben wir aktuell auch. Also von der Warte her. Wichtig ist natürlich die Inspektion nach zwei Jahren und was wir hier anbieten können. Nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren. Das kenne ich nur aus dem Nutzfahrzeugbereich. Im Prinzip ja. Wir hatten das früher bei den LKWs schon. Aber wir haben ja immer schon bei zwei Jahren erst die große Inspektion oder so gemacht. Und hier kann ich nur jedem empfehle, bei diesem Fahrzeug einfach die Garantieverlängerung und das Wartungspaket zu wählen. Wir bieten bei uns das Wartungspaket für 20 Euro an. Wie im Jahr? Im Monat. 240 Euro im Jahr. Genau. Und dann hast du quasi die Inspektion. Nein, nein, alles gut. Die Inspektion ist dann komplett frei mit den Wartungsarbeiten, mit Polyfilter, mit allem, was dazugehört. Und dann kann man noch eine Wartung plus bei uns abschließen. Das ist dann inklusive jährlicher Klimaanlagenwartung. Das ist natürlich heute hier schon ein ganz großer Faktor. Wir reden hier über Elektroauto, wo die Klimaanlage alles immer funktionieren muss. Dass das Auto überhaupt betriebsbereit ist. Und hier können wir natürlich gerade im Segment der Pandemie natürlich nochmal Wert darauf legen, dass auch die Innenreinigung und Polyfilter alles dementsprechend... So, ich darf mal ein bisschen blöd fragen. Du kommst ja aus der Benzinfraktion. Der hat keine Kupplung mehr. Ich habe Benzin im Blut und muss man jetzt Batterie einbauen. So, der hat keine Kupplung mehr. Der hat keine Kolben mehr, kein Öl mehr drin. Also der hat wahrscheinlich noch irgendeine Kühlflüssigkeit, nehme ich an, für den Motor. Aber das war es. Der hat die typischen Thema Kupplung. Gut, die gehen ja auch nicht mehr kaputt heutzutage. Aber das Ding ist gebaut für die Ewigkeit. Jetzt habt ihr eben noch erzählt, ihr könnt die Batterien demnächst modular reparieren. Weil oft ist ja nur ein ganz kleiner Teil von der Batterie kaputt. Der wird dann ausgetauscht, dann ist sie wieder wie neu. Ja, du hast ja die Batterie. Also die Batterie kannst du dir vorstellen wie eine Tafel Schokolade. Und je größer der Akku ist und die Reichweite, je nachdem, was du für ein Auto nimmst, desto mehr Riegel sind davon besetzt. Und jetzt kann es ja dann durchaus sein, dass je nachdem eben, ich habe davon keine Ahnung, ich bin ja kein Mechatroniker, dass wenn davon vielleicht ein Teil kaputt ist, dass du dann diese austauschen kannst. Also einzelne Einheiten. So, ich zeige mal gerade. Den Startknopf, den du gerade gezeigt hast, der ist wohl weißlich noch da. Den brauchen wir ja Werkstatttechnisch und so auch mal zum Resetten. Der Kunde selbst braucht den aktuell nicht mehr. Das heißt, wie der Michael eben schon sagte, du steigst ins Auto ein. Das Fahrzeug erkennt dich anhand von sowohl Gesitzgewicht als auch Schlüssel. und sagt dann, okay, Lüftung, alles war vorher so eingestellt. Jetzt siehst du jetzt, der Michael hat die Bremse getreten, das Auto ist angegangen. Der bräuchte jetzt nur noch den Gang einzulegen. Komm, komm, das machen wir mal. Der macht keinen Startknopf mehr, Gang einlegen und schon geht es los. Wenn du mal zu machst. Habe ich zu machen? Wir haben die Akku, warum müssen wir nicht richtig zu machen? Ist da irgendwas im Weg, da drunter unter dem Auto nicht, dass wir uns umfahren? Nee, das ist gut. Der macht jetzt nur D rein und schon geht es los. Das war's. Das war's. So, jetzt ist aber das Ende, ist nah. Das ist da vorne. Du brauchst den Startknopf. Brauchst ihn nicht. Ah, ich kann dir mal zeigen, wie du das gemacht hast. So, das ist vorne. Genau, vorne. Und der hat eine Frontkamera. Nee, der hat nur eine Ekkamera. Nein, der hat die Topviewkamera drin. Also du hast vier Weitwinkelkameras. Die hast du vorne. Zeig mal gerade, kann man die durchschalten? Da läuft gerade mein Sender im Hintergrund. Saarfunk 1 ist das übrigens. Ich dachte, was ist das für ein toller Sender? Ja, das stimmt auch. Jetzt muss ich auch gucken, weil bei jedem anderen Modell hatten wir hier immer einen Knopf für die Topviewkamera. Jetzt ist das hier natürlich anders. Warte. Geil. Aber das kann man bedienen. Man kriegt das gezeigt hier, oder wie? Ja, also sobald wir das wissen, wie das funktioniert, zeigen wir es auch den Kunden. Also wenn die ersten Autos ausgeliefert werden, dann wissen wir es auch. Du, ich vermute, er hat gar keine. Oder hat er eine? Was denkst du? Doch, er hat eine. Ja, klar. So, jetzt fährst du rückwärts? Wenn ich jetzt zack. Jetzt fahr ich ja vorwärts. Mach's. Nee, nee. Jetzt wechselt er nicht. Das ist egal. Also der hat die Topviewkamera, vier Weitwinkelkameras, die du auch einzeln ansteuern kannst, bei den Außenspiegel, wenn du gerade auf die Felge aufpassen musst. Gut, also die müsst ihr euch mal vorstellen, aber es gibt ja Probefahrttermine, da kann man das dann, bis dahin habt ihr das dann drauf. Sag mal, ja, jetzt bist du vor und zurückgerollt, das ist schon mal ganz gut. Thema German, guck mal hier, wie süß. Auf Wiedersehen, sagt er. Das Autos überall, guck mal hier in der Mitte noch beim Israel Front. Da ist auch nochmal. Also hier hast du das, was auch noch sehr interessant ist, wir haben jetzt hier im Born ein Head-Up-Display, das hat hier das Auto jetzt noch nicht. Das projiziert dann alles hier in die Frontscheibe. Direkt in die Scheibe? Direkt in die Scheibe. Gibt es 2D und es gibt 3D, das heißt also dein Tacho, deine Geschwindigkeit wird in 2D angezeigt, das siehst du in der Scheibe und da gibt es auch noch für das Navigationssystem 3D. Das bedeutet, wenn du das Navigationssystem eingestellt hast, das ist bei Zwischenzielen, ist das ganz cool, dann siehst du zum Beispiel das Zwischenziel als Zielfähnchen auf der Straße und du überfährst quasi das Fähnchen. Das ist ähnlich wie dann bei Mario Kart. Wahnsinn. Ich bin jetzt gerade schon wieder neidisch, welche Schulungen mir fehlen hier, also wirklich. Du, der hat gar keine Schulungen gemacht, der hat wahrscheinlich ein YouTube-Video angeguckt und war auf dem Oktoberfest. Der war auf jeden Fall 2 Tage weg hier. Also München war geil, die Online-Schulung gerade eben, die 10 Minuten waren auch okay. So, zeig mal, es gibt doch überall so Menüs, wo du sehen kannst, wie die Leistung links, rechts, Elektromotor, rekuperieren. Hat der auch einen One-Pedal-Modus. Ein was? Ja, dass du dieses Bremspedal in der Praxis nicht mehr brauchst. Ach so, du meinst also, dass er mehr immer abbremst fürs Rekuperieren. Ja, also ich habe jetzt gerade eben ein Auto gefahren, das kommt bis zum Stillstand beim Rekuperieren. Ja, also das hast du hier auch, wenn du das hier, du kannst dich hier wechseln zwischen D und B. B ist Bremsen. Ja, und dann wird der immer stark, also stärker rekuperieren. Das macht der auch bei D. Wenn du B einstellst, rekuperiert der natürlich noch stärker. Aber was ist denn rekuperierend? Rekuperieren ist, der nimmt die Energie, der Bremser auf und lädt damit dann den Akku. Also ich fahre einen Berg runter, in Riegelsberg zum Beispiel. Also, wo wir gerade eben bei Merschweiler waren. Ich wohne ja in Illingen, da geht es dann immer schön den Berg runter, von Merschweiler nach Illingen. Und meine Frau, die hat auch den Hybrid. Und wenn du ganz viel runterfährst, ist das natürlich dann erstmal für den Elektromotor geil, weil der viel abbremst und sagt, super geil Energie. Das macht immer auch gar nichts, da werden keine Bremsscheiben. Nee, das macht gar nichts. Und dann lädt zum Beispiel meine Frau von Merschweiler nach Illingen 2% vom Akku auf. Das ist quasi vergleichbar mit so einem Fahrrad-Dynamo. Das heißt, bergrunter lädt er dann, beziehungsweise betreibt er das Licht dann. Hier schiebt er die Energie zurück. Und mit dem Rekuperationsmodus kannst du einstellen, wie stark er bremsen soll, wenn du vom Gas weggehst. Genau so ist es. So, es gibt sogar, Moment, hier weiß ich jetzt gar nicht, ob man das hier genau sieht. Es gibt nämlich sogar auch ein Modus, den haben wir in den Hybrid-Modellen drin, wo du dann siehst, wie der Energiefluss ist von der Bremse bis zur Bremse. Ja, zeig doch mal. Ja, das ist beim Hybrid-Modellen. Du warst auf der Schulung, E-Manager, Ambiente, Fahrzeug. Moment, das ist, ich glaube, zack. Fahrerwarnung. Moment. Du warst wirklich nicht auf der Schulung. Fahrdaten. Oder war das viel auf einmal? Status. Ist das viel, was man so? Status, Fahrdaten. Wie sieht denn so eine Schulung aus? Ist das mehrere Tage? Der war gar nicht da. Ich glaube es auch nicht. Nee, Quatsch. Das sind natürlich mehrere Tage, vor allen Dingen die Anreisen. Nach München bin ich ja als Chef schon verpflichtet von der Anreisezeit. Kann der ja nicht innerhalb von einem Tag mit Schulung und dann nochmal abreisen. Das geht ja gar nicht vom Gesetzgeber her. Du warst in welchem Hotel war es eigentlich damit? Das darf ich nicht sagen. Okay. Jetzt hätte man das nochmal prüfen können. So. Also, das heißt, das Menü findest du jetzt nicht, aber es gibt so ein Menü. Das ist ja beim Fahren. Das ist, wenn du das fährst, dass du siehst, wie der Energiefluss ist. Dafür ist das gemacht. Aha. Wo jetzt der Marc gerade noch sagte, hier geh mal auf Drive Profile. Also, hier hast du auch wieder verschiedene Fahrerprofile von uns. Range, Komfort, Performance und Individuell. Mein Gott. Das hätten sie ja mal Deutsch schreiben können. Range, was heißt das? Range ist englisch und heißt auf Deutsch Reichweite. Also, hast du hier dann quasi das Fahrerprofil Reichweite. Der nimmt dann ein bisschen Energie vom Motor weg. Der macht die Klimaanlage, macht er, dass er nicht mehr ganz so viel kühlt und dass du eben maximale Reichweite hast. So, mach mal Range. Tipp mal drauf. So, und dann gibt es Informationen. Tipp mal drauf. Dann wird alles, glaube ich, nochmal erklärt. Ja, dann siehst du alles. Also siehst du Lenkung, Motor, ACC. Achso, das kannst du nochmal einstellen. Ja. Dann sagst du, ich hätte keine Reichweite, aber die Klimatisierung soll normal sein. Das geht auch. Also das kannst du alles hier auf Individuell stellen, weil du kannst hier das ACC, das ist Adaptive Cruise Control, das ist das Abstandsregeltempomat. Oh mein Gott. Und wenn du jetzt auf Range stellst und du stellst ja einen zum Vordermann, bitte, ich fahre jetzt 130 kmh, Abstand zum Vordermann 100 Meter, jetzt bremst der ab, du fährst nur noch mit 100 und der fährt wieder nach rechts, dann bestelle ich dein Auto alleine von 100 bis auf 130. Das willst du vielleicht gar nicht, ja. Doch, das willst du schon, aber wenn du natürlich hier Range drin hast, dann fährst du ganz schön langsam, bestellend, ganz langsam von 100 auf 100. Gemächlich. Also das ganze Abstandsregeltempomat ist auch ein wichtiges Thema. Der hat ein Radar eingebaut, hält den Abstand zum Vordermann, das heißt, wenn der hart bremst, dann reagiert das Auto. Ja, dann reagiert das Auto und bremst dann auch vollautomatisch bis zum Stillstand. Sehr gut. Also das ist auch ein Sicherheitsfeature, was ich nicht mehr missen möchte. Ja, dann natürlich, wir haben hier ganz viele Fahrassistenzsysteme, aber du siehst jetzt gerade bei dem, was der Michael gezeigt hat, im Prinzip, was er anfangs gesagt hat, eine Reichweite bei diesem Fahrzeug klar zu definieren, ob 300, 400, das ist sehr schwierig, weil das Auto so individuell sich einstellen lassen kann, für jeden Benutzer so individuell. Er möchte das Auto kühler, wenn er kommt, er möchte es warm haben im Winter und schon ist das natürlich alles und auch die Fahrprofile, ein Eingriff auf die Batteriekapazität. Der hat ein Handbuch mit online, sogar mit Videos, zeig mir das mal. Der hat, also das Handbuch ist inzwischen sehr schmal, weil es wird auch alles nur noch über Updates. Aber es gibt so, und das habe ich mal in meinem Cobra formentor gesehen, da gibt es so eine Funktion, elektronisches Handbuch. Du warst ja auf der Schulung, zeig mal. Der hat sich im Kicker, merkt du das? Ja, ich gehe gleich nach Hause, ich gehe gleich nach Hause. Das heißt, du tippst das Auto, was hast du jetzt gemacht? Zeig mal genau, wie der Flipp, der es dir mal bei der Ausziehung erklärt hat, wo das Handbuch ist. Zeig mir mal, Sven. Ich schalte das Mikro an. Nein, nein, komm, komm, ich mache das mal. Ich glaube, ich habe hier drauf gedrückt. Dann habe ich anschließend gesagt, Hilfe. Guck mal, ich arbeite ja nicht hier, weißt du. Und dann bin ich auf das Thema gekommen, Benachrichtigungen antippen, Handgeste, zoome, verschieben. Hier hast du die Anleitungen, hier hast du Sprechen, was machen kannst und hier ist Bordbuch. So, dann tippst du da drauf. Und dann kommen Videos. Und in den Videos kommt ein netter Herr, damals noch in Englisch, und hat mir das ganze Auto erklärt. Und was ich mir natürlich nicht angeguckt habe, weil ich ein Mann bin, Männer brauchen ja sowas nicht, und war vollkommen verloren. Also Thema Laden, gehen wir mal da drauf. Aber dann kriegst du Gleichstrom, dann hast du wahrscheinlich eine Anleitung, siehst du, mit Bildern drin, wie ein Bordbuch. Und da steht dann drin, erstens Ladevorgangsanzeige, zweitens Ladedose, drittens Schutzklappe. Und dann kannst du, der Drehstrom wird außerhalb des, und so weiter. Also du hast so ein kleines Handbuch drin. Und ich gucke mal gerade, ob ich auf ein Video komme. Wenn es das denn hat. Also du hast kein kleines Handbuch mit drin. Also das kleine Handbuch ist tatsächlich in Papierform. Das meiste findest du alles nur noch hier über das Entertainment-System. Das ist natürlich super, wenn es mal nicht geht. Ja. Dann kann ich nicht im Handbuch nachlesen, warum es nicht geht, aber... Dafür hast du dann unsere Telefonnummer und dann rufst du uns an und die Telefonnummer. Ja, aber es geht ja dann nicht mehr, verstehst du? Das ist immer egal. Das Handy geht ja dann noch. Thema Kopplung, Full Link hast du eben kurz angesprochen. Was heißt das, Full Link? Du kannst dein Handy mit dem Auto verbinden. Kabellos, Wireless, Full Link. Und du kannst dann die Apps von deinem Handy über das Display steuern. Zeig mal, wie geht das? Also wir haben jetzt ja kein Handy verbunden. Ups, du hast hier ja alles verstellt. Warst nicht auf Schulung, ne? Okay. Aber das Ding ist irre, was es kann, oder? Ja, das ist absolut irre. Also du kannst dann hier dein Handy damit verbinden. Apple CarPlay, Entry Auto. Und dann kannst du auch Amazon Music, Deezer, Spotify. Direkt über diesen Bildschirm? Du kannst direkt über diesen Bildschirm. Du kannst deine Lieder darüber hören, deine Liederlisten aufrufen. WhatsApp-Nachrichten, die kommen hier drauf. Die kannst du dir abspielen lassen. Die werden dann vorgelesen. Du kannst, äh, ähm, du kannst... Vielleicht auch nicht immer ganz so gut, ne? Du kannst auch per WhatsApp, du kannst per WhatsApp Nachrichten verschicken. Hallo Michael, die Koffer stehen vor der Haustür. Genau. So in etwa. Wenn du nach Hause kommst, macht Gerd dir auf. So, ähm, geh mal grad auf Lautsprecher unten. Was kann das? Das Symbol da? Ne, da hast du nur dann eben noch mal für die, für alles einzustellen. Cool. Ist das Soundsystem gut, was hier drin ist? Hast du mal probiert? Also Beats? Beats? Ne, ne, ne. Also der hat jetzt hier fünf Lautsprecher haben wir hier. Beats wird auch bald bestellbar sein. Das dauert jetzt gerade noch ein paar Wochen gegen Ende des Jahres. So, wir machen mal ein Fahrvideo. Da können wir ein bisschen mehr zeigen. Komm, wir gehen mal raus, zeigen noch einen Kofferraum. Du, du bleibst noch kurz drin, Marc. Ich? Ja, ich muss da hinten noch rein filmen, dass ich einmal kurz zeige, wie der Marc. Du, du bist Meter 78? Ne, ne, nur 1,68 leider. 1,68. Hast irre viel Platz, wenn du mal gerade auf der anderen Seite einsteigst. Du, der, der Sitz ist ja so, wie du ausgestiegen bist, oder? Ja. Das wir da mal sehen, weil er hat ihn jetzt zweimal 1,87 Meter oder so. Und das ist das, was ich unter Platz gemeint habe, oder? Ja. Also hier vorne, ich habe ja hier vorne immer noch mehr als genug Platz gehabt auf dem Fahrersitz. Ich sitze hinten immer noch bequem und auch die Kopffreiheit, die ist gegeben. Auch da. Also hast du genug. So, steig mal aus. Das wichtigste Thema ist natürlich bei so einem Auto immer das Thema, will ich so einen Hobel haben? Was spricht denn für Cupra? Was hat denn, also für Leute, die Cupra noch gar nicht kennen. Das ist eine coole Marke, die ihr schon sehr lange kennt. Denn es gibt hier einen Cupra-Club. Ihr hattet immer Cupras, Seat Cupras hier stehen, aber irgendwann gab es eine Ausgründung jetzt. Die Marke ist jetzt eigenständig. Ja, die Marke ist eigenständig seit 2018. Vorher waren die Modelle, waren ein, zum Beispiel der Seat Leon Cupra. Und aus Cupra hat sich vor drei Jahren die eigenständige Marke entwickelt. Ich muss gestehen, ich war damals relativ skeptisch und ich habe nicht gewusst, was das für eine Dynamik aufnimmt. Also Cupra, auch die Cupra-Fahrer, das sind natürlich auch viele Seat-Fahrer, aber das sind auch wieder ganz andere Kunden, die sich wahrscheinlich kein Seat gekauft hätten. Und Cupra ist Sportlichkeit pur. Also ist natürlich hier, wenn du dieses Auto siehst, ist es natürlich super designlastig und ästhetisch. Wir sehen das allein schon an den Kunden, welche Autos wir auch in Zahlung nehmen oder angeboten bekomme. Also das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Das gibt es wahrscheinlich auch elektrisch oder gibt es das nicht? Nee, nee, das ist ja ein Kompaktwagen. Beim Kompaktwagen brauchst du jetzt keine elektrische Heckklappe. So, wir schauen mal ein bisschen in die Zukunft. Das hier ist übrigens tatsächlich, man kann ja noch durchgucken oder nicht? Ist das doch da oben? Da kann man durchgucken. Der ist jetzt ja spoilert quasi hier dran. Es ist alles verspoilert bei dem Auto. Das ist natürlich jetzt nicht nur wegen der Optik, das tut ihm auch ganz gut, aber die Aerodynamik ist natürlich hier das A und O. Ja, das ist ausschlaggebend für die Aerodynamik und damit natürlich für den Batterieverbrauch. Jetzt muss ich aufpassen, ich wollte schon Spritverbrauch sagen. Ich habe früher immer bei meinen Spielzeugautos, diesen Suki-Autos, habe ich hinten den Kofferraum immer hoch gemacht, weil das war mein Spoiler. Habe ich mir damals gedacht, das wäre jetzt fatal, denn das Auto hat nämlich schon einen Spoiler. Ich zeige es mal gerade. Das kommt so, wie es hier ist oder ist da irgendwas von Abt? Hier sieht man schon, welch brutaler Spoiler das ist, wenn ich hier mit der Hand drunter gehe. Guck mal. Und genauso haben wir hinten ja auch Diffuser unten drunter. Also hier sind wir im Rennsportsegment wieder, dass wir wirklich einen Diffuser unten drunter haben. Ich sage mal gerade, Diffusor ist hier mit drin. Was kann der so einen Diffusor? Das ist für die Windableitung und die genaue Windlast, das heißt Anprissdruck und natürlich dementsprechende Fahreigenschaften verbessern. Also Fahrt sieht natürlich auch wieder geil aus. Das ist aber kein, ich sage mal, kein Streichel-Zoo, den wir hier haben. Das Auto kannst du auf der Straße richtig sportlich bewegen. Das ist so, das ist ein Cooper. Also doch, die Schlange im Zoo. Das zeige ich mal gerade. Mach mal auf jetzt, denn wir werden jetzt einen ganz großen Test machen. Der Michael, der kennt den schon, den Test. Der hat er eben auch schon gemacht beim, was war das eben? Bei dem da? Ja, Arona. Arona? Ja, ja, der muss da rein. Aber das zeigen wir gleich mal. Ich war ja schließlich auf Schule. Man kann die Ablage abnehmen, mach mal. Ja, klar, natürlich. Hat die einen festen Platz oder muss ich die dann? Die muss man dann quasi zu Hause lassen. Okay. Man könnte sie aber da vorne zwischen die Sitze machen. Könnte machen. Mach mal. Komm, wir machen das mal, dass wir das mal sehen. Da hat sie nämlich Platz. Geht. Das ist auch ganz eben. Da ist in der Mitte kein Tunnel. Da ist in der Mitte kein Tunnel. Nein. Das ist eben wegen der Plattform natürlich, weil unten drunter die Batterie ist. Und das ist im ersten Moment, wenn man das so sieht, ungewohnt, weil der Tunnel ja fehlt. Aber tatsächlich, wenn man drin sitzt, extremst bequem. Ja, aber was wolltest du machen? Achso, kein Tunnel. Absolut eben. Okay, super. Ja, bitte nochmal zurück, weil ich hatte schon das Gefühl, der Michael macht die Sitze wieder rum, damit er nicht rein muss. Er will nicht rein. Aber das zeigen wir mal gerade. Konzept hier ein bisschen anders. Jeder Zentimeter ist ausgenutzt. Deswegen ist die Ladekante ein bisschen hoch. Da würden jetzt hier, zum Beispiel der Michael würde sagen, oh je, mein Arzt hat mir gezeigt, wie man aus der Hüfte hebt. Ja gut, du musst ja hier eine Ladekante haben. Also zum Ersten ist natürlich auch immer ein Sicherheitsaspekt. Also das heißt, wenn du hinten einer drauf fährst, dann hast du hier immer wieder diese Verstärkung, dass beim Unfall, dass du sicher bist. Zweiter Punkt ist, ich muss dann auch noch einmal zeigen, schau dir dieses geile Heck an. Wie das hier alles hier passend ausgeschnitten ist. Was hat das jetzt mit der hohen Ladekante zu tun? Achso, damit es besser aussieht. Warte mal, ich zeige das mal gerade. Das ist sogar ausgeschnitten. Also generell, es ist ein Kompaktwagen, du kannst ihn ja vergleichen auch von den Maßen, etwa mit dem Seat Leon oder mit dem VW Golf. Also er hat eine hohe Ladekante. Im Kompaktwagen hast du immer hier eine Ladekante. Komme ich aber drüber weg, muss ich ehrlich sagen. Du kannst ja auch, wenn du jetzt sagst, oh nee, hier eine Ladekante, hier, das ist mir jetzt zu viel, dann bestellst du einfach den doppelten Boden mit und dann hast du keine Ladekante mehr. Den gibt es optional. Den gibt es. Okay, das war die Frage. So, Zooösen hast du überall, geh mal rein. Das hast du vor zwei Jahren auch deutlich dynamischer gemacht, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Jetzt nach der Zeit. Das ist Share im K, genannt Carsharing. Er heißt Share mit Nachnamen, muss ich dazu sagen, der Michael. Ja, bleib mal drin. Warte, ich zeig das mal gerade, ich mach mal zu. So, komm, wir machen Schluss. Da sieht man jetzt auch mal, wie dunkel das foliert ist hier oder beziehungsweise die Scheiben sind da so. Das ist so im Glas schon integriert, bedampft dann quasi, aber von innen sieht man ganz normal raus. Hi. Hi. Und wie fühlst du dich? Gut. So, mach mal auf, wir lassen den raus. Also du hast wirklich viel Platz im kompakten Auto. Was, was irre ist, du hattest dieses Platzangebot vorher nur bei einem Passat, ja, und das hast du jetzt bei einem Kleinwagen. Ja, Kleinwagen, Mittelklassewagen, aber du hast wesentlich mehr Platz dadurch, dass natürlich Motor fehlt und du auf einer ganz anderen Plattform aufbauen kannst. So, ihr hattet eben vor, ihr wolltet ein Leasingangebot rechnen. Da haben wir gesagt, ihr habt eins gerechnet, aber das machen wir jetzt mal nicht, weil wir ein extra Video machen mit Fahren und allen drumherren sehr kurzfristig. Dann werden wir noch ein extra Video machen, Thema, wie komme ich an so ein Auto ran. Kann ich es leasen? Du kannst es leasen, du kannst es bar kaufen, du kannst es finanzieren, wie du das möchtest. Sag mal, das war der Grund. Das Fahrzeug, wenn ich es kaufe, wo liegt es ungefähr? Der startet bei einem Lissenpreis hier bei dieser Motorisierung mit dem Akku bei 37.000. 37.000 ohne Förderung. Wo natürlich dann noch die staatliche Förderung alles abgeht. Okay, das heißt, also da kommt der Herstelleranteil, ist schon ab bei dem Preis? Nein, nein, der ist noch nicht ab, der geht dann noch ab, sind dann etwa 10.000 Euro mit der staatlichen Förderung. Der kommt nur mit der Ausstattung, das heißt, so wie er hier ist, es gibt keine Billigversion, sage ich jetzt mal. Also bei Cupra, da hast du völlig recht, bei Cupra gibt es keine Billigversion. Also auch das Auto sieht von außen so aus, wie wir das hier sehen, bis auf die Felgen. Also hier haben wir eine Nummer größere Felgen, serienmäßig hast du 18 Zoll. Das ist Händler, die Erstausstattung, was haben die 19, 20? Die haben jetzt, ich muss auch, 19? 19 Zoll. Ja, sieht irre aus, war früher auch undenkbar, aber das macht auch viel aus. Die sind aerodynamisch geformt, das ganze Auto ist, glaube ich, hat mehr Zeit im Windkanal verbracht, als irgendwelche Segelflieger. Ja, cool. Also mir gefällt es, was auch cool ist hier hinten, das ist so schwarz, Hochglanz. Klavierlack im Prinzip und dann abgesetzt in 3D-Optik mit Matt. Ja, Crash-Test, hat er bestanden? Ja, hat er bestanden, hat die volle Punktzahl erreicht. Die volle Punktzahl erreicht, weil er hat ja vorne keinen Motor mehr, aber es ist kein VW T3, wo ich mit den Füßen direkt hinter dem Blech stehe, sondern da habe ich noch was davor. Nee, also da hast du, das ist ja heute hier alles mit den Sicherheitsrichtlinien, wie das verbaut ist und du musst, heute musst du schon einiges machen, dass du 5 von 5 Sterne bekommst, aber die hat er erhalten. 5 Sterne. So, da steht er, wir sind beim Autor Cyrul in Saarlouis, das liegt im Saarland und witzigerweise ist eines der großen Auslieferungslager bei euch in der Nähe von Saarlouis, nämlich wirklich unweit von hier. Und habt ihr da mit der Flugdrohne, seid ihr mal drüber abgeguckt, wie viele schon da sind? Leider ist es natürlich so, dass im Moment bei der jetzigen Situation nicht so viele Fahrzeuge verfügbar sind, beziehungsweise eine Handvoll bei jeder Marke, bei jedem Hersteller, von jedem Modell. Wir haben jetzt uns Slots reserviert für die nächsten Monate. Was habt ihr reserviert? Slots. Also, um es mit anderen Worten zu sagen, Bauplätze, dass wir gewisse Stückzahlen die nächsten Monate geliefert bekommen, sodass wir eine Lieferzeit sicherstellen können zwischen 3 und 5 Monaten, was zur jetzigen Situation... Ist das wirklich so? Das ist wirklich so und in der aktuellen Lage fantastisch ist. Wie ist die Rezipienz eurer Besucher hier? Die Besucher fahren auch hier alle voll drauf ab. Also, wir haben hier ein Elektroauto. Ich finde, Cupra ist es eben wahnsinnig gut gelungen. Das ist ein Elektroauto, der aber auch wie ein Auto aussieht und nicht hier vorne alles zu und hier gekleent und alles auf nichts gemacht. Sondern hier hast du ein richtig geiles Auto, das auch wie ein Auto aussieht. Hast du schon irgendeinen gesehen auf der Straße? Nein. Sehr schön. Also, nächste Woche kommt er raus. Wir haben ihn natürlich schon, gefühlt war er natürlich bei Autobild schon seit 1912 sichtbar. Ja, es hat ja auch jeder auf dieses Auto gewartet. Wir haben im Februar, wir haben Anfragen von Februar, die sagen, hey, es gibt hier einen von VW, den ID.3. Ich habe Bilder von dem Born gesehen, der gefällt mir besser. Der ist vom Interieur hochwertiger als der i3. Wann kommt das Auto? Und dann ist über das ganze Jahr geteasert worden, was was cool ist. Der ID.3, ich meine, der ist schick, ja, der VW, aber der sieht so vernünftig aus. Der hier sieht so richtig böse aus, oder? Ich habe das vor drei Jahren als quasi modellierte Masse gesehen. Da konnten wir keine Türen zu öffnen, gar nichts. Das war die Studie oder ist fast schon sogar vier Jahre her. Dann kam mir leider Gottes die Pandemie, wo wir auch als Geschäftsführer nicht mehr ins Ausland... Hast du gesehen, den ID.3 der Born? Nein, den Born natürlich, dieses fantastische Auto. Und als ich damals noch Seat Elborn, da war das noch gar nicht als Cupra gedacht. Und als wir jetzt dieses Auto, natürlich im Automotorsport und auch bei uns auf der Homepage, auf der Internetseite von dem Hersteller selbst gesehen haben, haben wir gesagt, sieht geil aus. Aber umgehauen hat es mich, als er wirklich geliefert wurde und stand zwischen den anderen Produkten. Wir dachten nicht, dass er größer ist wie ein Arona. Wir dachten nicht, dass er größer ist wie ein Fomentor. Wenn du die Autos jetzt hier wirklich nebeneinander siehst, sagst du, boah, ist das Ding groß und ist das Ding geil. Sehr schön. Da konnte ich es mir nicht vorstellen. Wir haben, den Prototyp hatte ich gesehen, aber ich habe mir nicht so geil vorgestellt. So, ziemlich cool. Es ist auf jeden Fall eine Revolution auch für euch, denn diese Fahrzeuge gehören euch nicht mehr. Die gehören tatsächlich Seat bzw. Cupra und die werden erstmalig, wie im Prinzip bei Mercedes-Benz, das ist das gleiche Prinzip, im Agenturgeschäft verkauft. Das darf auch nicht jeder. Du musst autorisierter Cupra-Partner sein, damit das Ganze funktioniert. Aber das ist schon eine, ich sage mal, Zeitenwende. Ihr habt ja gesagt, dass 95 Prozent der Fahrzeuge werden geleast oder werden finanziert. Das ist die nächste Steigerung. Das ist genau die Zukunft. Du musst bedenken, was passiert mit den Elektroautos. Wir wissen es auch selbst noch nicht. Wir wissen weder, was in fünf Jahren mit der Batteriekapazität, obwohl wir Garantie drauf haben. Aber was ist damit? Das heißt, hier haben wir wirklich nicht nur, der Kunde hat Sicherheit, wenn er das Fahrzeug liest, sondern auch wir als Händler haben dann Sicherheit und können im Agenturgeschäft einfach sagen, lieber Cupra holt das Auto und guckt, was er damit macht. Also auch generell, das ist das erste Auto bei uns jetzt von Seat oder Cupra, das komplett bilanziell CO2-neutral hergestellt wurde. Also oft liest du immer, haut ab hier, Elektroscheiße, Elektroschrott. Also das Auto ist... Das sagst nicht du, das sagen viele andere, die sagen, guckt euch mal die Herstellungskosten an, CO2-Bilanz. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Natürlich wird bei allem, was ich mache, bei allem, was ich tue, verursache ich CO2. Sei es jetzt, wenn ich mir eine Ananas kaufen gehe, die irgendwo gewachsen ist, ist das CO2. Und natürlich auch bei jedem Auto, das auf der Welt hergestellt wird, wird CO2 verursacht. Hier ist allerdings der erste Cupra, der bilanziell CO2-neutral hergestellt wurde. Es ist wahnsinnig viel recycelt im Auto, von den Sitzen über den Dachhimmel, ganz viele Stoffe. Auch der Akku. Auch der Akku ist recycelbar. Also wenn irgendwann der Akku nichts mehr ist, dann kommt er nach Salzgitter zu VW und dann kannst du den auch recyceln. Da wird es ein Hund raus später. Das Wichtigste ist, man muss sich das wirklich mal anfühlen und anfassen kommen. Da glaubt keiner, dass das recycelte Material ist. Der Herstieg ist so hochwertig, das ist irre. Und du kannst auch noch, wo wir gerade bei dem Thema Akku nochmals waren, das bidirektionale Laden ist auch dann beim Bohren verfügbar, dass du den zu Hause, wenn du eine Photovoltaikanlage hast, als Speicher nutzen kannst. Und dann kannst du eben über das Auto deine Waschmaschine laufen lassen über den Strom. Cool, das heißt also, ich habe einen riesen Akku, den ich multifunktionell verwenden kann in Zukunft. Ist das vorgesehen schon? Ja. So, jetzt die letzte Frage, die ich habe, bevor ich dann dazu übergehe, was für ein toller Händler du bist und wo ihr gefälligst diesen Born in Zukunft bestellen sollt. Ja, wie ist das Thema Auslieferung denn gemacht? Das heißt, wenn ich den jetzt hier, ihr seid in Saarlouis, jetzt kaufe ich den in Hamburg, weil ich so ein toller Fan bin von dir natürlich, nicht von dem. Also auch für einen Hamburger ist es mal eine Sehenswürdigkeit, ins Saarlouis zu kommen. Natürlich begrüßen wir jeden Kunden hier exklusiv, dafür auch die Auslieferung zu machen und natürlich mit Hotelübernachtung, mit Anflug, mit Anfahrt, mit der Bahn. Die Frage war eine andere. Ist das so jetzt wie bei anderen amerikanischen Herstellern, die werden dir irgendwie vorbeigebracht oder ich gehe die in einem Auslieferungscenter holen? Das heißt, die Autos stehen immer noch bei euch, die werden dann hier übergeben, das bleibt alles so wie es ist, aber es ist halt eine große Änderung. Das Agenturgeschäft wird man sehen, denn allein schon zwei Jahre Intervalle, Serviceintervallzeiten, das ist natürlich, das freut den Kunden, aber es verändert für euch natürlich als Autohändler viel. Was macht denn die Garantie? Das ist ja so, viele Hersteller überschlagen sich ja bei Elektroautos mit Garantielängen. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben zwei Jahre Garantie auf das Fahrzeug und bis zu acht Jahre auf die Batterie. Kommen da nicht andere und sagen, wieso macht ihr keine vier, fünf oder sechs Jahre Garantie? Geht das? Ja, das geht. Also serienmäßig hast du zwei Jahre und die kannst du direkt bei Kauf verlängern bis zu weitere drei Jahre. Kann ich auch später nach einem Dreivierteljahr? Das kannst du später noch nach einem Dreivierteljahr. Muss dann allerdings schon sagen, dann wird es ein bisschen teurer, dann am besten direkt beim Bestellen mitbestellen. Ist das viel teurer, die Garantieverlängerung? Ich glaube für drei weitere Jahre, 100.000 Kilometer sind das 589 Euro. Genau das muss man bei einer Kalkulation, wenn man den Hersteller vergleicht, immer mit bedenken, wir könnten das direkt auf den Fahrzeugpreis mit draufschlagen. Wie es andere Händler machen, haben dann fünf Jahre Garantie. Also das ist im Prinzip Quatsch. Es gibt auch keine Ausschlüsse. Also es gibt ja Hersteller, wir haben sieben, acht, neun, zehn Jahre Garantie. Da guckst du uns klein gedruckt. Ah, nach zwei Jahren ist das Navi leider nicht mehr drin. Das ist nicht drin. Ja, bei uns kostet die ein bisschen Aufpreis, aber da hast du alles drin. Okay, also alle anderen sind schlecht. Cupra ist toll. Das habe ich jetzt mitgenommen. Aber man muss sagen, jeder Händler hat seine Pro und Cons. Die musst du einfach durchgehen. Das Beste ist, man guckt sich so ein Auto selber an, fährt die Probe. Ihr habt ein ganz neues Zentrum hier für die Marken Cupra und Seat errichtet vor zwei, drei Jahren. Drei Jahre sind wir schon zusammen. Letzte Woche hatten wir da schon ein dreijähriges Jubiläum. Ohne Feier, ohne alles. Drei Jahre seid ihr jetzt hier. Ihr habt in Saar Wellingen noch einen Betrieb, der auch noch da ist. Der Stammbetrieb eigentlich, der da ist. Aber hier allein schon. Ich war ja heute da. Die Leute stehen da wirklich wie Ölgötzen um das Auto rum, sind total begeistert. Eine Gratwanderung. Ja, wenn man zu euch kommen möchte, wo seid ihr ganz genau die Straßen? Also wir sind in der Fasanenallee 48 im schönen Saarlouis 66740. Das ist im Saarland. Und wir sind direkt am Grenze des Dreiländerecks quasi zu Frankreich, zu Luxemburg. Also wir haben auch viele Kunden, die aus Luxemburg herkommen, weil wir natürlich auch dorthin Autos verkaufen können. Du bist doch kein angestellter Geschäftsführer eines fremden Besitzers. Das ist dein Laden. Dir und deiner Frau nehme ich an. Mir alleine. Wir sind aber ein sehr familiär gehaltener Betrieb. Jawohl. Und ich bin tagtäglich im Geschäft und immer irgendwo in den Betrieben unterwegs. Ja, sagt Marc Cyril, Besitzer eines Ehevertrages, wie ich da raushöre. Heute am 18. November 2021. Ich wünsche dir viel Freude, wenn du nach Hause kommst und das Video gelaufen ist mit deiner Frau. Aber tolles Auto, muss man sagen. Allrad nicht geplant? Ne. Danke fürs Einschalten. Und das ist der Name? Das ist die Ronja und selbst die ist Cupra-konform. Guck, alles in schwarz und bronze. Schwarz und bronze. Deswegen hat er ihn gekauft. Ciao. Ciao.